hier wäre eine energiequelle vorwärts die wir uns mal schnell holen könnten vorwärts gehen wir mein teurer töten vorwärts ok mal gucken wo sind die sachen abgeblieben vorwärts gehen wir mein teurer hier gibt es halt möglichkeiten wo gegner raus kommen können hier ist der turm mit schwert und ross aber natürlich ist noch etwas mit schwert und ross nur vögel ist noch etwas der feind schlägt eure befehle vorwärts angriff vorwärts aber ja immer wieder den kaiser am nebenhalten ist noch etwas ist noch etwas vorwärts nur vögel sind schneller gehen wir mein teurer und ja hier ist zwar die quelle aber ich sehe keinen weg gehen wir mein teurer durch den berg so den kaiser mal hoch ein eure befehle vorwärts da ist die vorwärts aber natürlich mit schwert und ross wahrlich ich fühle mich viel besser das fieber ist jedoch nicht zurückgegangen und meine hände zittern immer noch vorwärts 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 gehen wir mein teurer ja das heißt wir müssen den kaiser weiter am leben halten ja und ja hier mittendurch will ich auch nicht unbedingt latschen nur vögel sind schneller solange es nur skelette sind die da ankommen ist noch etwas vorwärts haben sie ja noch eine stufe dann haben wir zehn dann schalten wir mal alle zauber frei nur vögel sind schneller auf den ersten beiden ebenen das praktische ist wir kriegen dann auch wieder einen schnell sauber slot nur vögel sind schneller ja straße voraus ja und die elfen können möglicherweise hilfe leisten darauf zählen wir ja ja man merkt wir haben jetzt die große gehen wir als gehen wir mein teurer ja nur vögel sind schneller nur vögel sind schneller naja schade um unseren einen trupp kopfjäger mit schwert und ross da ist auf jeden fall schon wieder eine hülle nur vögel sind schneller mit schwert und ross für alle vögel sind schneller mit schwert und ross für alle in ordnung mit schwert und ross Also ja, solange wir in Bewegung bleiben, sollte alles gut sein. Also man merkt, Schreckensmagier haben ein Problem, bewegliche Ziele zu treffen. Und ja, das hier sind jetzt ein paar schnellere Missionen, sagen wir einfach mal, weil wir auch keine Städte haben. Mit Schwert und Ross. Menschen geht weiter zur Königin. Aber natürlich. Gehen wir, mein Teurer. Eure Befehle? Vorwärts. Lebende Leichen bevölkern die Berge wie Schmetterlinge einen Wald im Frühling. Was hat all diese Unruhe zu bedeuten? Der schwarze Hexer ist zum Feind von jedem lebenden Wesen geworden. Zuerst hat er die Elfen gegen die Menschen aufgebracht. Und dann stellte er aus gefallenen Kriegern eine Armee lebender Tote auf. Wir konnten ihnen entkommen und bringen den verwundeten Kaiser zum magischen Turm. Ja. Eure Befehle? Vorwärts. Aber natürlich. Nur Vögel sind schneller. Mit Schwert und Ross. So. Ja. Aber was uns das jetzt gebracht hat, wissen wir nicht. Ist noch etwas? Ja. Nur Vögel sind schneller. Was? Betrachtet es als erledigt. Also das hier ist weder eine Stadt, wo wir was nutzen könnten. Wir können uns aber schon mal die nächsten Zauber angucken. Infekt. Die Natur kann Krankheiten nicht nur heilen, sondern auch bewirken. Aha. Pest-Schlag. Und Nebel der Fäulnis. Okay. Nehmen wir erstmal die Giftklinge so in unseren Quick-Slot auf. Immer bereit. Na ja, mit der Zauberin können wir nichts anfangen. Immer bereit. Ist noch etwas... Vorwärts. Gehen wir, mein Teurer. Na ja, wir können von Glück sagen, dass wir so viele Goblins gekriegt haben. Gehen wir, mein Teurer. Vorwärts. Bein Achtung. Bein Achtung ist als erledigt. So, was gibt es? Mit Schwert und Rohr. Gehen wir, mein Teurer. Vorwärts. Außer noch nur Höhle. Vorwärts. Ja. Nur Vögel sind schneller. Ja, ja. Gehen wir, mein Teurer. Eigentlich nicht, ha? Ja. Also ja, egal was wir tun, wir kommen hier erstmal raus. Vorwärts. Dort könnten uns immer noch Untote auflauern. Vorwärts. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Hier ist auf jeden Fall ein kriechender Tod. Gehen wir, mein Teurer. Im Weg. Vorwärts. Nur Vögel sind schneller. Eure Befehle? Vorwärts. Eure Befehle? Ja, töten. Oh ja. Eure Befehle? Zum Angriff. Schon erledigt. Aber natürlich. Kein Problem. Eure Befehle? Vorwärts. Gehen wir, mein Teurer. Den darf auf jeden Fall noch loswerden. Bevor er gefährlich nahkommt. Da kommt sehr viel gefährlich. Ist noch etwas. Schon erledigt. Eure Befehle? Vorwärts. Vorwärts. Was? Ja. Eure Befehle? Nehmt keine Gefangenen. Eure Befehle? Töten. So, kommt noch mehr. Ja? Wo ist er? Eure Befehle? Ach da. Vorwärts. Wir werden angegriffen. Gehen wir, mein Teurer. Zum Angriff. Oh, ich habe wieder Reiter verloren. Eure Befehle? Bereit. Schon erledigt. Und sammelt. Und sammelt hierbei das ein. Ja. Angriff! So, ich habe jetzt gesagt, im Zauberbuch lernen wir die Zauber. Tja. Tja. Das ist ein böses Ding. Also, was ist das? Opfer. Ja, damit kann ich eine Einheit veropfern, um den Rest zu verheilen. Eure Befehle? Vorwärts. Vorwärts. So. Vorwärts. Wir werden nicht zulassen, dass der schwarze Hexer die Allianz zwischen Menschen und Elfen zerstört. Wir müssen etwas versuchen. Prinzessin Talion muss immer noch am Leben sein. Erst wenn ich ihre Leiche gesehen habe, werde ich ihren Untergang glauben. Möglicherweise habt ihr recht, Magier. Wir müssen eure Gilde um Hilfe bei der Suche nach der Prinzessin bitten. So, das war die Mission. In dieser Nacht traf ein Rabe mit einer Nachricht von Prinzessin Talion ein. Sie konnte die Wachen überlisten und sich befreien. Aber nicht mit leeren Händen. Sie kannte ein Geheimnis, das dem Bösen ein Ende bereiten würde. Ein Treffen, das den Lauf des Krieges verändern würde, wurde an der Grenze zwischen den Reichen der Menschen und der Elfen verändert. Ja, ein Rabe ist mit einer Nachricht von Prinzessin Talion angetroffen. Hier ist die Flucht aus dem feindlichen Gefangenschaft gelungen und sie ist in Besitz wichtige Informationen über den schwarzen Hexer. Wir müssen sie treffen und zur Hauptstadt begleiten. In ihrer Nachricht hat Talion ein Treffen nahe dieser Brücke arrangiert. Oh nein, die Brücke wurde zerstört. Talion kann den Abgrund nicht überqueren, um diese Seite zu erreichen. Wir müssen einen Weg finden, sie hierher zu bringen. In der Nähe befinden sich menschliche Siedlungen. Vielleicht können uns die Einwohner helfen. Ja, aber nicht mehr heute. Chaos-Magie-Quelle. Ja, wir haben von unseren Truppen nichts mehr, sondern nur noch eine kleine Schar. Gut, deswegen speichern wir hier jetzt erst einmal wieder. und machen einen Cut hier an der Stelle. Also, bis gleich.